So und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4, die Kampagne. Und zwar haben wir letztes Mal hier einige Feinde erledigt und da musste unser Helikopter abdrehen, da einige Feinde mit Panzerfäusten auf den Helik gezielt haben. Und jetzt gehen wir einfach weiter mal in die Fabrik und aufs Dach. Wir sind alle am Leben. Das erlangt sich. Besichert. Die Ecken, Jungs. Das ist der beste Weg nach oben? Es ist der schnellste. Keine Zeit für Erkundungstouren. Warte, bis du die Aussicht gesehen hast. Jetzt will ich aber auch was sehen. Klappe zu, Augen auf. Jumpstone Action, das Radar leuchtet auf. Ihr bekommt Besuch. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, scheiße. Ich bin dran. Wo bin ich? Wo bin ich? Lauf da. Lauf da. Dürung. Ich schieß ja alles kurz und klein. Go, 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 go. Krass, krass. Wohin, wohin, wohin? Oh, komm, 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 komm. Kommen sie. Ein, fünf, vorne. Da. Oh, shit. Oh, shit. Held, verdammt. Bleib weg. Oh, please. Ich habe die Kontrolle verloren. Oh, shit. 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 Das war ein krasser Ritt. Ach, du Scheiße. Geht's dir gut, Mann? Pack, was ist mit Hawkins und dem Rest der Crew? Das hat keiner überlebt. Hol dann von dem Wrack weg. Geht nicht. Er steckt fest. Versuch's. Ich hol so lange Rack heraus. Mein Bein. Roman. Roman. Du scheiße. Geht's dir so lange Racken, dass du dir gefetzt erforscht hast. Das wirst du wieder dann. Du schaffst das, Mann. Wir holen dich hier raus. Back, der Treibstoff. Ich weiß, ich weiß. Anhalten. Recker, zieh mir Deckung. Raus da. Sofort raus da. Wirf bald. Bitte. Bitte. Ich helfe Ihnen. Nein, nein, nein. Sie müssen hier verschwinden. Es ist gefährlich. Bitte, bitte. Scheiße, bitte. Was? Was muss ich? Nein. Nein. Warum tust du nicht? Ich weiß nicht, dass ich das Bein habe, um zu überleben. Na los. Der Knochen ist durch. Ich halte nur noch Fleisch und Uniform hier fest. Tu es. Schneid es ab. Wir müssen los. Ist der Tod? Nein, man nur ohnmächtig. Du bist doch saliviert. Gerade du bist, ist das doch fritzend. Das war nur ein 3 Stundenkurs. Entdeckung. Runter, runter. Los, schauen wir ab. Der Heli kommt noch mal zurück. Weg hier. Hey, die sind also bei John und sind okay, oder? Los, rein. Das wird schon wieder dann. Alles wird wieder gut. Wir holen dich hier raus. Du schaffst das. Er wird doch wieder, oder? Er ist der Post. Natürlich wird er wieder. Los geht's, Racker. Geh ans Steuer. Du hast ruhig. Fortress, hier ist Tombstone. Evakuierung gescheitert. Wir müssen hier anders raus. Hört ihr mich? Tombstone, Fortress hat euch auf dem Schirm. Sekundärabholung unterwegs. Folgt der Straße drei Kilometer nach Westen. Okay, also müssen wir nach Westen wieder gehen. Boah, Westen. Verstanden, Fortress. Wir sind unterwegs. Wo ist der Heli? Ich seh'n nicht. Scheiße. Mein Bein. Meine Frau brütt mich um. Dann. Atme langsam. Du schaffst das. Wir bringen dich nach Hause. Du packst das. Wenn unsere Intel über Admiral Cheng und die Russen korrekt ist, keiner von uns nach Hause. Hört hier noch jemand die ersten Töne in der Hymne? Hier steht ja schon alles. Er hat zu viel Blut verloren. Vereilung. Super. Das ist ja echt großartig. Da ist der. Oh. Weg, können wir ihn abschütteln? Ziemlich unwahrscheinlich. Da ist nur ein Tunnel. Scheiße. Ah. Die Karte gibt nicht mehr her. Oh. Ich hab keine Ahnung. Da, da ist er. Bereit machen. Schnell da. Das war Arschknapp. Gib Gas, verdammt. Ich geb Gas. Er richtet sich aus. Ah, scheiße. Nein. Nein. Lass die Schweine brennen. Ich muss das schießen. Oh Mann. Total verballert, Mann. Das tut uns aber leid. Okay, dann fahren wir jetzt nochmal los. Neuer Versuch. Das war echt peinlich. Egal. Das geht weiter. Jetzt mal einen neuen Versuch. Und diesmal. Da, da ist der. Bereit machen. Schnell da. Das war Arschknapp. Gib Gas, verdammt. Er richtet sich aus. Oh, scheiße. Nein. Lass die Schweine brennen. Was? Das kann ja nicht sein, ey. Dass ich an dem scheide. Rütz auf. Nee. Okay, okay. Ist mir jetzt aber leid. Hab ich's nicht hinbekommen. Ich check's nicht. Da, da ist der. Bereit machen. Schneller. Lass der Arschknapp. Gib Gas, verdammt. Er richtet sich aus. Oh, scheiße. Nein. So, wie ist er da? Lass die Schweine brennen. Yes. So eine Scheiße. Nein. Ja. Tombstone hat die Intel geborgen. Und? Im Falle eines chinesischen Militärputsches würden die Russen Admiral Chang unterstützen. Bestätigt den Bericht unseres Informanten aus China. Dann wurde Staff Sergeant Dunn für etwas getötet, das wir bereits wissen? Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai, Captain. Und die Russen mischen sich ein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir es USA abriegeln mussten. Eine falsche Bewegung. Es gibt Kriege. Sie haben ihre Befehle gegeben. Aye, aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Scheiß Kriegsrecht für eine Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jin Jays Ermordung angepistet. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft, ist progressiv, drängte die Regierung zu Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. J getötet hätten. Wenn die Operation aufliegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass gegen uns zu richten. Dann gibt's Krieg. Ihr müsst die VIPs unversehrt aus den CU Towers holen. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Kovic koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur im Notfall. Wacker, Staff Sergeant Dunn hielt Sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lass mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Du das Richtige. Halt nicht auf. Kein Platz für Fehler. Ja, ich denke auch, dass wir das Richtige tun. Ja, dann werfen wir das mal wieder. Entspann dich, Kleiner. Und jetzt sind wir in der Sequenz. Uns wird nichts passieren. Hast du deins Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Peck. Ich meine, was soll ich hier denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Wo war Irish? Komm mal, es wird die Finger. Tut mir leid, Miss. Das ist doch alles voll für'n Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Und wir, wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit Links. Was, Wacker? Ich könnte eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, du hast motorisierte Infanterie. Verstanden. Ich glaube, die Arschgesichter starren mich an. Da halte ich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nirgendwo an. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Sieht doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimische. Oh, Mann. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Wir müssen nach links. Das Gebäude ist links. Ach, shit. Wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zur Fußwarte gehen. Verstanden. Komm schon, Wacker. Oh, Mann. Der Wagen. Okay, das war die Folge für heute. Morgen kommt wieder eine neue Folge. Bis dann. Mach's gut.